Jo Freunde, was geht ab? Ich habe mir gedacht, heute ist ein spezieller Tag. Heute treten wir auf der Street Park Pranks und zwar hier mit diesen Baggies. Ich hoffe, die Leute werden es nicht so checken und haut rein Leute, bis gleich, ciao. Was ist das? Just? Nicht? Sicher? Sicher. Du raus? Nein, ich meine. Deine? 50-50? Nein. Wind? Nein. Nicht? Ist nicht raus. Ich nicht. Aber du auch. Aber das ist deine. Nein, ist nicht dein. 100% deine. Me? Ja. Nein, ist nicht raus. Aha. Was ist das hier? Was soll das? Was soll das dir? Nein. Wenn du nicht sofort Land bist, rufe ich die Polizei an. Was soll das? Das gehört nicht mehr. Das lag hinter dir. Das lag hinter dir. Ja und? Das gehört aber nicht mehr. Ich rufe die Polizei, wenn du nicht sofort Land gewünscht. Sag es dir. Gut. Ist nicht raus. Oder your friends. Was ist das? Keine. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wie? Das weiß nicht. Mastisch? Dann kommt jetzt auch ganz frisch vom Grill unsere Variante der Genüsebällchen. Die haben wir ein bisschen verfeinert mit Käse und Bacon. Also nicht mehr vegetarisch. Dafür sehr lecker. So, für Sie vielleicht einen Bacon-Burger zu probieren, oder lieber was? Für Sie auch? So ein, oh ja, wir haben noch mal. Soll ich mal gucken, was man sehen kann? So. So ein, oh ja, wir haben noch mal. Soll ich mal gucken, was man sehen kann? So, ich habe mal eine Frage. Ich brauche ein bisschen Geld und ich habe ein bisschen grünes Zeug. Ich habe einen Schmerkauf. Nee. Brauchst du nicht? Nein. Echt nicht? Mal probieren. Auch nicht? Nein. Sicher? Nein. Nicht? Nein. Ich brauche also. Oh, oh. Oh, oh. Aber ich will sehen, wenn wir da mal direkt fest sind. Aber das ist ja... ...ich ist nicht mehr. So, ich kann nicht mehr, wenn wir da mal... ...denn wir da mal... ...wollen wir da mal... ...wollen wir da mal... Ich habe das schon mal verrufen... ...wuch, wenn wir da nicht weghalten, wie wir da sind. Ist das gut? Das ist gut. Nein, draußen ist nicht gut. Deine Freunde? Nein, mein Freund ist nicht draußen. Nicht? Nein. Okay. Ich gehe weg. Tschau. Ja Leute, das war es mit dem Street Prank. Also ich habe hier Petersilie und ein bisschen Egal noch einen gemacht. Wenn ihr Bock auf einen Teil 2 habt oder auf mehr so Street Pranks oder nochmal dasselbe nur Part 2, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann wird in Kürze einen Teil 2 folgen. Oder vielleicht noch andere Street Pranks. Also haut rein Leute. Ciao. 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 Ciao.